Eine Maibohle ist eine Bohle, die mit dem typischen intensiven Aroma des Waldmeisters versetzt wird. Geschichte Die erste Erwähnung des Maiweins erfolgte durch den Benediktiner Mönch Vandalbeutus aus dem Kloster Prüm im Jahre 854. Er wurde als medizinisches Getränk zur Stärkung von Herz und Leber im Kloster ausgeschenkt. Der ursprüngliche Maitrank beinhaltete noch die Blätter der schwarzen Johannisbeere und der Gundelrebe. Aufgrund seines Geschmacks und seiner anregenden Wirkung wurde der Waldmeister schon bei den Wikingern zum Aromatisieren von Bier geschätzt. Vorbereitung Das Aroma stammt von dem Inhaltsstoff Coumarin und entwickelt sich besonders bei welkenden oder trockenen Blättern. Coumarin liegt im Waldmeister eigentlich als Coumarin-Glykosid vor und erst beim Trocknen wird das aromatisch duftende Coumarin abgespalten. Meist wird der Waldmeister vor der Blüte gesammelt, da der Coumarin-Gehalt des Waldmeisters dann niedriger als später ist. Es sollten höchstens 3 bis 5 Gramm frisches Kraut je Liter Bohle verwendet werden. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass die Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit nur bei übermäßigem Verzehr und Überdosierung auftreten. Klassisches Maibohle-Rezept Das traditionelle Rezept für Maibohle beinhaltet 2 Liter trockenen Weißwein auf 1 Liter halbtrockenen Sekt. Also ein Mischverhältnis von 2 zu 1. Zum Wein kommt ein Buntwaldmeister, den man zunächst über Nacht trocknen lässt oder kurz einfriert, damit sich sein Aroma entfalten kann. Dann hängt man das Bündel an einem Faden so in den Wein, dass die Stielenden herausschauen. Die Stängelenden sollten nicht in den Wein tauchen, da sonst neben dem Aroma auch unerwünschte Bitterstoffe freigesetzt werden können. Nach 30 Minuten wird der Waldmeister entfernt, damit die Bohle nicht bitter wird und der aromatisierte Wein wird mit Sekt aufgegossen. Eventuell gezuckert und bei Bedarf mit Eis gekühlt. Statt Sekt kann auch Mineralwasser verwendet werden. Neben diesem Rezept existieren zahlreiche andere Varianten des beliebten Bohle-Klassikers. Zum Beispiel in alkoholfreier Form mit Apfelsaft oder unter der Zugabe von Minze oder Früchten.